ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Flatterflügel-Flitzer-Flug! Ist das nicht toll, Willi? Willi, wo bist du? Das macht wirklich Spaß. Jeder Spaß zu seiner Zeit, Willi. Einverstanden? Gut so. Ja, gut so, mein Jungs. Papa, ich brauche eine Pause. Was du brauchst, mein Sohn, ist mehr Libellenbiss und viel mehr Flügelschlag. Herrlich, das sieht sehr schön aus, Bähnchen. Da lacht mein altes Fliegerherz. Jetzt die Schraube! Das macht wirklich Spaß mit euch, Bähnchen. Und ihr macht eure Sache sehr, sehr gut. Trotzdem muss ich euch eins sagen. Ihr seid leider zu langsam. Ihr habt eben nur zwei Flügel und Libellen haben vier. Aber vielleicht können wir lernen, sie doppelt so schnell zu bewegen und dann sind wir genauso schnell. Nein, wir essen besser eine doppelte Portion Pollen. Das gibt vielleicht Muckis. Willi, denk doch mal nach. Das ist völlig unlogisch. Dann bist du ja so schwer wie zwei Bienen. Das ist es! Willi und ich fliegen zusammen, denn zusammen haben wir vier Flügel. Aber wir fliegen doch immer zusammen. Das verstehe ich nicht, Maja. Ich glaube, ich verstehe, Maja. Ihr müsst so zusammenfliegen, als ob ihr ein großes Insekt wärt. Gute Idee. Ihr müsstet eure Flügel perfekt aufeinander abstimmen. Das ist nicht einfach. Glaubt ihr, dass ihr das schaffen könntet? Dann versuchen wir's. Also denkt daran, ihr müsst beide exakt dieselben Bewegungen machen. Dann funktioniert das auch. Ich hab's doch gewusst. Das schaffen wir. Na dann ab in die Luft mit mir. Mit Maja eng verbunden, lege ich am liebsten meine Hunden. Das hat die Wiese noch nicht gesehen. Bravo, Bänchen. Ich bin begeistert und jetzt versucht es schneller. Ich bin begeistert.